Freispiel Die Freispiel-Antikörper-Session Am Freitag, den 10. Januar 2020 um 23 Uhr auf ByteFM Unser Wachstumsglaube ruiniert alle Welt Unsere Kultur reduziert sich auf Geld Eine Wegwerfgesellschaft ohne Solidarität Lebt auf Kosten schwächerer und spart an Qualität Wir waren mal Bürger, jetzt sind wir hier Konsumenten Bildungsferne Schichten bleiben ihrer Bildung fern Es gibt auch Bürgerpflichten, doch wer hört das schon gern Gekaufte Politik, die uns Konsum propagiert Wann wird die Regierung endlich privatisiert? Wir waren mal Bürger, jetzt sind wir Konsumenten Wir waren mal Bürger, jetzt sind wir Zielgruppen Bitte verlassen Sie uns dann möglich das Gerät Wir tun so als ob, das funktioniert Dabei ist jedem klar, wir sind doch alle frustriert Haben oder sein, das Dilemma ist perfekt Es regiert der schöne Schein, es gibt nur Selters oder Sekt Das ist ein gefährliches Eier-Tanz Wir waren mal Bürger, jetzt sind wir Konsumenten Das ist ein gefährliches Eier-Tanz Die Sandburg-Röcke, a dangerous Eier-Tanz Wir waren mal Leute, jetzt sind wir Zielgruppen Das ist ein gefährliches Eier-Tanz Der Baum brennt, a dangerous Eier-Tanz Wir waren mal Damen und Herren, jetzt sind wir nur noch Mürzer Das ist a dangerous Eier-Tanz Der Karne steckt im Dreck, a dangerous Eier-Tanz Das ist a dangerous Eier-Tanz Wir waren mal eine Gesellschaft, jetzt sind wir bloß noch Kundschaft Das ist a dangerous Eier-Tanz A dangerous Eier-Tanz This is a dangerous Eier-Tanz A dangerous Eier-Tanz Du,st, la, 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 la Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.